möchte aber welcher kommt in Prozent der heißt hat er kommt Katakomben wir haben und der ist so ein bisschen wie Paranormal Activity nur halt Ok wenn mir jetzt der zweite Film was sagen würde um Schubidubidubi Schubidubidubi da ist ja unser Baba wieder darf ich den abschießen oder so? Ne schade aber auch du musst echt auf deine Truppen hier aufpassen ne weißt du was witzig ist jetzt hätte ein Barmaren Typ gleich meinen ganzen Trupp Dings mitgenommen ne so inhaftiert bitte was ja war 20 ich hab immerhin eine verlorene Einheit wieder gefunden ohtoll wo ist der denn? oh 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 ich ste steigen irgendwo unten am Wasser wurde von dem Schiff die ganze Zeit geschossen was schön das war ja so herrlich da ist er gleich stehen geblieben das ist nur weggezogen so ein Jahr gibt es mir und schicke jetzt meine super ultimativen um einfällt ohne schaffen oder so ja ihr gehört kann ja könnt ihr mal es ist auch nur mir kommt hier wo ich jetzt mit dem oder auch kommen Mieten auch gebrauchen so wie dann brauchen wir noch Produktionen Kaufen ja Ok 17 Runden noch zurück zurück schliefst du gleich ein Tümors oder wieso nur so was 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 warte auf andere Spieler ja aber nicht auf mich ja auf mich stimmt ja ich könnte mir dezent mal so einen Kakao machen oh wie geil wäre jetzt so ein Kakao ja echt ey und wie geil mein Tabak ist bald leer oh no deine auch ja das ist ja gar nicht schön ist nicht das oder so ja das ist eher suboptimal suboptimal ja da haste recht ja das ist suboptimal meine Frau ist nach hause gekommen ein Traum jep glaub ich werd mal stürmen und sie in den Arm hab dann genommen oder so ja ne sicher also bis gleich denn ich muss ja hier eh laufend auf andere Spieler warten uff ja er sagt er also 98% der Spiels auf mich sagt er müsste auch immer auf andere warten ja natürlich ja jetzt kannst du bleiben die neue Runde hat schon angefangen na gut na gut aber eine Sekunde nur so auf wen darf ich denn schießen die sind schon wieder alle weg hier nie 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 so ähm ihr wollt was bauen wo seid ihr denn da seid ihr ja meinetwegen bau doch das dumme Ding da hin ähm obwohl eine Mine wäre auch möglich ich war ich weiß ja nicht aber Hoppenberg ist nur auch von Minen umgeben weiter auf andere Gegner ähm Spieler oder so bis gleich gleich baust du im Moment irgendwelche Wunderwerke ja was denn ähm Moment soll ich dir gleich du sagst mir jetzt wahrscheinlich das dass du nicht baust nein ich muss gerade Sozialpolitik ich kann im Moment eh keine bauen erfülle die Voraussetzungen nicht wieviel Städte hast du denn drei hä drei drei ach du scheiß was geht denn jetzt ab wieso instant drei instant mal vier Barbarenlager entdeckt alter jetzt jetzt gehen es aber ab hier Heilige Scheisse auch wow ich baue gerade Orakel Nationalepos und Ischen Itza. Drei Stück auf einmal. 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 So, und das Bänke den nächste Runde drücken, ohne da zu sein. Automatische Rundenbeendung. Okay. Funktioniert wirklich. Ich holt euch nie wieder ein, ey. Also, Helden-Epos baust du, oder was? Ja. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020